Wer wollen du tanken? Nicht Barclay heilen Ja hier runter ziehen den Boss Ich hab 20 mal vorhin gesagt, der Boss wird hier unten getankt Nicht da oben von der Treppe, sondern hier unten von der Treppe Wer hat da auch immer den Boss Rat bitte hier runter ziehen Und jetzt machen wir auf... Ruhe Damage auf den Tank Damage auf den Tank Damage auf den Tank 10% Verzug Ruhe mit dem scheiß Musik Damage tank 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 Barclay hochziehen Barclay hochziehen Kein Damage am Tank Kein Damage am Tank Ja Sehr viel Box übertreibs nicht Was? Das verstehe ich nicht Barclay Bisschen mal auf Täter drauf Adds Ne wird Umgeformt Wenn die Adds down sind Damage am Tank bitte Schon mal ein bisschen zutaten Wo wo Waut drauf Soll ich ihn schon mal zum Spanen bringen? Von der Monströge Täter Du sollst es ein bisschen mal hier runter bringen Wir haben gesagt, hier wird unterhalb der Treppe getankt Und der ist hier immer noch da oben Stopp jetzt Damage am Tank Damage am Tank 10% Verzug Wo wo Neig hochziehen Ruhe jetzt bitte mal mit Täter Damage am Tank Damage am Tank Kein Damage am Tank Das bleibt so Sehr gut Geh raus Nein Das waren 5% und die werden jetzt eingependelt gewesen Ruhe jetzt bitte Add kommt, das große Add kommt bitte spotten Gar nicht mehr Danach wird nur noch mal ein Tank übernommen Das ist besser als die Freitags Trains Jetzt bitte noch ein Ich bin übernommen Fregi muss natürlich das große Add spotten Medinator nicht heilen Ja das wissen wir Und Pull Damage auf die kleinen Adds Ja das wissen wir Pull Damage auf die kleinen Adds Er sagt ja wir sollen reden Und dann wissen wir Pull Damage jetzt auf Ah Leute Ruhe jetzt Pull Damage auf den kleinen Tank Äh Pull Damage auf den Tank Pull Damage am Tank Damage am Tank 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 Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus Jetzt kann ich das draus Okay bin draus Wo Erst raus raus, ja Gegen euch Der wird jetzt geworfen Zieh den Pass nach links Ups Der wird geworfen Und das Ding Hap 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 ist rauskommen 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 aus dem haus warte anregen auf zu der appell kommt auch passen wir es bekommt müssen verteidigte als kassel nicht neben anderen kassen stehen auf die kleine auf die kleine explosion kommen fünf werde geworfen das sieht gut aus der toy sieht gut aus der mitsch auf meine fuhr der mensch auf eine google 10 prozent der verzug drückte vier drückte vier drückte vier drückte vier drückte vier drückte vier raus sehr gut hier geworfen weil wir schon verteidigt dann bitte jetzt konzentriere ich das bitte wirklich berstand körper auf die kleine jetzt das nächste mal werden wir nicht kicken können naik ich habe meinen coolen maus gehauen wir müssen alles anmachen jetzt du machst den coolen sein jetzt aber dann jetzt einmal wenn ich könnte ich hier habe die dick anmachen alle cool und sagen alle cool und dann würde ich raus ok was gewerfen läuft 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 zwar ab ich habe da irgendwas ab die box kommen reichwarte sorry pull damage auf die monstrosität nur noch monstrosität der menschen monstrosität monstrosität der mensch der mensch der mensch der mensch der mensch ist die monstrosität sehr gut die übernommen werden übernommen bleiben übernommen ihr macht die kleine jetzt alle die kleinen jetzt richtig gas geben jetzt damit der mensch 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 Wo jetzt, Alter? Kann man das, oder was? Kann man das, oder was? Kann man das, oder was? Wieso glaubst du, warum ich die ganze Zeit lach, ey? Andringen? Warte? Was? Was hörst du denn ab? Was hört man? Ja... Der hört mal so U-Boot-Geräusche, oder so. Hier, hier? Ja, ich denke nicht! Hacke ich noch mal! Denk, darfst du aufschauen, bitte! Walks, gesundverstein! Jeder gesundverstein, den er kann! Ah, ich bin tot! Ja! Anken, bitte! Geht nicht! 4... 3... Jetzt bisschen konzentrieren! 1... Bomberin dafür... Ja, pfff! Bei der Tankstone! Ja, pfff! Haben nix! Babel! Damage! Damage! Einfach mal auf die Eins rausügen! Eins, jeder... Schade! Schade! Mach die Eins am Boss! Es ist scheißegal, weil jeder Karte macht die Eins! Ja, macht die Eins! Ja, macht die Eins! Das ist doch zum Kotzen, ey! Das ist doch zum Kotzen, ey! Ja, der wird da als erstes der Heilömer lang und dann... Werner hat keinen Warn, das ist echt ein Witz! Das ist echt ein Witz!